Willkommen bei die Smart Zone. In diesem Video besprechen wir den die besten Bierzapfanlage Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Auf Platz 5 haben wir die Zapfprofi neu mit. 5 kg Bierzapfanlage Zapfprofi arbeitet mit herkömmlichen Co2 Patronen zusammen mit Insane Spender oder ähnliches. Verwendet werden. Patronen sind derzeit Bestand aus mit der Lieferung, so wenn sie eine Trommel zur Hand haben, sie beginnen können, sofort berühren. Das Haushaltsgerät kühlt das Bier auf 6 C, die eine positive Trinktemperatur ist. Das Gerät eignet sich für Veranstaltung 5 Liter Fässer mit einem Kombinationverschluss und kann das Bier für weniger als eine Woche nach dem Abkühlen frische beizubehalten. Die Klimaanlage Thermostat betrieben genauso wie gut im Test. Vielen Dank an eine zusätzliche Sicherungssammlung. Das Gartget eignet sich jetzt zusätzlich zur neueren 5 Liter Fässer und auch perfekt sichert sie ab. Unabhängig von der etwas dünneren einige Bierhersteller sichern. Wie ein einzigartiges Accessoire nicht bestands zusätzlich eine 12 Volt Adapter verfügbar. Das System ist, so dass das Werkzeug ebenfalls hervorragend für den mobilen Einsatz ist und auch zum Beispiel über den Zigarettenanzünder betrieben werden kann. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Clustein Hopfental. Der Spender von Clustein ist im unteren Mittelfeld bewertet und auch überzeugt er vor allem durch das schicke Desichen und auch die elektronische Temperatur bildet. Das Gerät ist geeignet für 5 Liter Fire Cakes und hat eine energetische Kühlung sowie auch durch das 8 Kilogramm Eigengewicht, das tollstark und geschützt ist. Das Gerät verfügt über eine eingebaute Pumpen und arbeitet auch ohne Co2-Patronen. Obwohl das Modell aus Kunststoff bruchsicher aufgebaut ist, war die Verarbeitung, insbesondere in Bezug auf den Preis, absolut ausgezeichnet und ebenso überzeugt in der dauerhaften Test. Die Inbetriebnahme war sehr einfach, so gut wie jedem empfohlen werden kann. Das will einen Spender erhalten, der nicht nur smart aussieht, aber zusätzlich leicht verfahren sowie Funktionen ohne zusätzliche Co2 berücksichtigt werden können. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Auf Platz 3 haben wir die Acetyl 778.580. Die günstige Biotsabfanlage von Acetyl wurde durch einen großen Preis-Leistungsanteil überzeugen. 5 Kilogramm Werkzeug eignet sich zum Anschluss von 5 Liter Fire Fässer ohne Pfandsystem, also keine Patronen oder zusätzliches Gas benötigt und bereitet zu verwenden. Dennoch braucht es Geist geboren wird, dass ein Präkühlzeit von über 3 Stunden Notwendigkeit bewertet werden, wenn das Fass nicht vorgekühlt ist. Einmal geöffnet, kann das Bier für etwa 10 Tage verwendet werden, sofern sie es kühl gehalten wird. Die 75 Watt Klimaanlage funktionen einigermaßen laut mit dem Gartget in Verbindung mit anderen Geräten, kann dem Unwohl bei innen, tätig werden vor allem, wenn es dauerhaft läuft. In der Regel gut funktioniert das Gartget, das Verfahren ist bequem und sehr einfach und die Ernennung ist extrem schnell von der Hand. Wenn Sie eine preisgünstige Döseanlage, die keine Art von speziellen Geräten braucht suchen, ist das App-Modell von Acetyl sehr empfohlen. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Kohlensäure-Bierzapfgerät. Sie suchen vielleicht ein einfaches System, Feierfässer günstig zu berühren sowie bequem, fast frisch Modell sehr gut für Sie geeignet. Die produziert in Deutschland verarbeitet. Hochwertige ist wirklich leicht verbunden mit 5 Liter Eventfässer und funktionierte perfekt in die Prüfung. Vielen Dank an die Kohlensäure-Patrone, die in die Leitung platziert werden kann. Sie können auf Kohlensäure-Unterstützung umschalten, sobald der Druck der Trommel sinkt. Die Handhabung ist sehr komfortabel, da auch ohne Vorkenntnisse, dass der sich ein sehr gut bedient und es dadurch schönen Schaumkronen auf ein Pilz oder erheblich erstellen kann, optimieren den Informationsfluss im Vergleich zu den Standard-Wasserhaaren des 5 Liter Fässer. Die Regelung des Durchsatzes Co2 etwas noch mehr ist zwar lästig, da zwischen Kohlendioxid und auch Kohlendioxid ausgeschaltet nur ein sehr schmaler Level, die große Anpassung herausfordernde lässt. Sicherlich Sie auch haben keine Möglichkeit, den Lauf abkühlen, oder legen Sie es in einem Gehäuse aufgrund des grundlegenden Designs. GGF. Muss der Lauf bereits gut vorgekühlten Vorlink sein. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Philips Perfect Raft. Als die beste Bierzapfanlage und somit als Testzieger hatte die 8 kg saftige Version von Philips die Fähigkeit, mit einer Leistung von 70 Watt dominieren. Die Dispenser eignet sich für die üblichen 6 Liter Fässer, die den besser bekannten Markennamen zu verwenden. Der entscheidende Vorteil der das Perfect Raft System, das in die Dosieranlage genutzt wird, ist, die Keine Co2 Kapsel wird gefordert und auch darüber hinaus, die eine sehr gute Gesundheit ist gewährleistet, da eine neue Röhre mit jeder Trommel versehen ist. Mit einem neuen 6 Liter Trommel ist wirklich einfach und schnell sowie das Werkzeug schnell bei der Prüfung auf das gewünschte Temperaturnive abgekühlt. Konsideringt hat der Bär in der 6 Liter Tromm des Notcomrento Direktkontakt mit Diozide Wall of the KQ. Es ist Protected Separate Lü. Es kann besabert vor allem und wird die Problems mit Hass broken open und es gibt in der Appliance. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte Mark, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.